Der Jonse, mit voll neuer Kondition. Sollte ich mir meinen, da liegt doch eh ein Boden, um sich auszuholen. Ja, da rennt wirklich was. Da schießen, da, 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 dritte, vierte, drunter, sechs. Da, vorne, weg. Das ist das Geist, das ich je gehört habe. Das ist trapatonisch hier. Du geh Dore schießen. Gute Ansage. Und ein anderer verstehst wahrscheinlich hier nicht.